Hallihallo, hier ist wir euer Darsteffen zu einer neuen Folge Minecraft was auch sonst und ja wir machen jetzt mal weiter gehen wir hin aus unserem häuschen ich hoffe diese ohne verlaufen und schauen mal was man da noch so machen können ich glaube das noch genug zu machen an diesem häuschen was war die ganze weg dahinter laufen das wird ein spaß soo oh jetzt sind wir wieder geworden sehe ich jetzt sind nicht mehr zu viele Tintenfische hier drinne es waren schon mal mehr wobei die hier gibt fleisch gibt feder junge alles gut gebrauchen dieser kackstift da oben war da ne bin ich jetzt richtig oder falsch wir werden jetzt gleich sehen und äh was ist jetzt dunkel ist das jetzt euer ernst dunkel werden ich bin grad auf dem weg maus wir noch nicht richtig da ist wieder finster das geht auch gar nicht naja was wir machen du hast Glück du überlebst du hast nicht leben ich meine unsere professorische äh haushöhle ja die Kuh ist auch noch da seh mal eine an goe nacht youtube goe nacht alte Kuh lass mich nicht so an wenn ich schlafe wie viel schlafe wenn ich angeklotzt werden kick weg ja da gibt's hau auf Popo was ist denn los äh hast du fast passische Probleme alter Schwede die Kuh ging grad ab hä nju 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 ein hin und hergerinne soo weil es kann ich fahre ich mal die Kohle hier mit da werde ich hier erde hin hauen dass das weg ist jetzt stein gradigen wir das gleich mal alles bissl soo ich hoffe dass das keine riesenader ist mit der ich euch jetzt langweile oh ne da geht's ja noch weiter Axt geht mal kaputt da kann ich eine Kuhle mal abbauen hehehe den Gefallen schütten mir die Axt natürlich nicht zählt auch so lange wie die Kuhle da ist dann geht's erst kaputt oder Bro hälte lange die Kohle noch da ist hälte soo na toll hab ich jetzt auch Erde da hinten ich steh die Kuh auf ein Bett es ist hakt es ist hakt soo aber ist auch noch ne genau halt mal gib mal gleich die Setzlinge die fand sich dann nämlich auch gleich mal an soo machen wir das mal wieder alles schön glatt hier soo 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 in die Richtung ähm hier nehmen wir erstmal Fackeln ok wir können uns das mal bisserl hier soo soo jetzt lauf ich einfach mal in die Richtung ich schau mal was da kommt in gewissen Abständen markiere ich mal das mit Fackeln so wenn es dann mal nackt wird oder dunkel habe ich die Lichter der Fackel die mir helfen nach Hause zu kommen einen Weg zu finden guck ich mach ich hier wieder hier ein, zwei und so habe ich eine kleine Wegmarkierung für nur falls wird dunkel und ich finde ich mal nach Hause zum Beispiel da sind die Sauberhasen soo sieht ja alles jetzt so schön aus aber weißt du was fehlt es fehlt einfach oah ich kann gucken äh ja was fehlt es zuckerrohr zuckerrohr fehlt einfach ich brauche zuckerrohr dass ich meine karte anfertigen kann dass ich weiß wo schlangenlatsch jetzt habe ich immer echt angst mir zu verlaufen auf diese riesen map und ja das macht natürlich keinen spaß mich hier zu verlaufen auf keinen fall sag ich euch jetzt schon die meinkräfte unter euch werden das bestimmt schon kennen was ich verläuft und dann äh übelst lange braucht den weg nach hause zu finden dass das gar nicht schön ist ich sehe da unterhalb grad von meinem haus von der platte tuch geht es in eine höhle rein sieht zumindest so aus ich geh mal schauen das wäre jetzt nicht ganz so langweilig ja da geht es in eine höhle rein auf jeden fall hm jetzt hebe ich mal für die nächste ausnahmesession auf glaubt mich da geht es auch noch runter alter schwede also das hinten ist schon ein schönes höhlengebiet wie es aussieht vielleicht kann ich auch irgendwie mit meinen anderen höhlen erschließen dass ich die verbinde irgendwie muss ich erstmal schauen gut denn sie ist auch gut aus das ist doch der wald des grauens einmal drin und dann verlaufen schade nichts geschlüpft hm wer schon geh ich denn Wasserfall das ist doch ein schönes gegen das aussieht erkunden mal so ein bisschen das kleine gebiet um das haus und schau mal was das so ist ja gut du gehst gleich Futter sei mal ruhig das ist natürlich auch schon eine Lagune die so ein bisschen mit der Erde überdacht ist kann man bestimmt auch was draus machen ich denke mal ja ne kann man schon was draus machen äh mach gern mal zwei Fackeln das ist der Heimweg da ist nix zuckerrohr heilige scheiße ich habe was gefunden juhu 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 ich heisst das her auf einmal spiele wirst du verarschen ja auf einmal kommt ihr zuckerrohr das ist doch ein trick die list von dir das wäre es jetzt wieder noch mehr so stehen würde durch austicken hier steht heizkuchen endlich zu hoch und endlich oder auch mal zeit wahrscheinlichkeit ganz gering haben wir echt hier fünf gebiet sie wie zum gebiet aus ich jetzt auch ein zombie jetzt so hier muss ich mich nach unten buddeln hier ist mal irgendwas ist hier das akazienholz ohr das akazie ist ja geil ich habe eben akazienholz gefunden ich bin schon über die folgenseite drüber hinweg geraten sehr gut bin schon bei zwölf minuten also die folge werde ich gleich beenden noch mehr die alles klar war alles so akazien setzt dinge nasa wer sagt denn so kommt es war schneller weil ich wahrscheinlich auch hier auf den hügel guck mal wie die gegend aussieht geht das wieder also tierisch auf jeden fall da ist auch in der höhle alpha und beta biom trennung hier die man da blättern und ich sollte mal umkehren glaube ich aber nicht bevor ich ein setzten noch gefunden ab so egal zurück und dann bin ich die folge mal und wir sehen uns dann zur nächsten folge genau an der stelle wieder euer dar steffen bis zur nächsten folge let's play minecraft ciao mit v und möge macht mit euch sein meine jungen padawane Tschüss mit Öl. Bye, bye.